Die 25 DAOBOX-Prinzipien Techniken sind eigentlich ohne großen Belang. Viel wichtiger ist es, seinen Körper richtig zu bewegen und in Notsituationen einen klaren Verstand zu haben. Die DAOBOX-Prinzipien beschreiben, wie ich zum Beispiel eine Hand oder meine Arme so bewege, dass sie als Werkzeuge meine Unversehrtheit sichern. Die DAOBOX-Prinzipien beschreiben, wie ich zum Beispiel eine Hand oder meine Arme so bewege, dass sie als Werkzeug meine Unversehrtheit sichern. Komplexe Serien sind eigentlich unnötig, wenn wir den Lebensbedroher destabilisieren können. Folgen sie den Prinzipien, dann werden sie feststellen, dass sie jede Technik nach ihnen ausführen können. Die Wahrung ihrer eigenen Unversehrtheit ist selbstverpflichtend. Die nachfolgenden Prinzipien habe ich von 1995 bis 2003 entwickelt. Es ging mir darum, nicht das Rad ein zweites Mal zu erfinden, wie es viele dennoch versuchen, sondern darum, aufzuzeigen, was wirklich in Notsituationen wichtig und effektiv erscheint. Auf was, so habe ich gedacht, reduziert sich mein Handeln, wenn ich gezwungen werde, meine Unversehrtheit zu schützen? Was machen sie, oder auch ich, wenn nichts mehr hilft und man gegenüber Amok läuft? Was, wenn wir vier Gegner haben, die obendrein noch um ein Vielfaches kräftiger und ungehemmter sind? Üben sie sich in Leichtathletik, rennen sie weg. Und wenn ich nicht weglaufen kann? Ich sitze fest, bin in einer Ecke eingekreist und die Schläger sind zu allem bereit. Bei meinen Überlegungen habe ich auch feststellen können, dass wir uns vieles auch einreden lassen und auch selbst inszenieren. Vieles, was der eigenen Unversehrtheit nutzen würde, erlernen wir gar nicht erst. Und vieles, was nichts mit dem Unversehrtheitsprinzip zu tun hat, sind wir bereit zu tun. Eine lebensbedrohliche Situation ist immer ein subjektiv empfundenes Ereignis. Was die Gefährlichkeit von Menschen angeht, hier sind keine Grenzen gesetzt. Und was mir mein Erfahrungsschatz sagt, ist, es gibt Schläger und Schläger. Und was das hervorstechendste Merkmal dieser Gewalttäter ist, ist folgendes. Niemals weißt du, was für einen Typen du gerade vor dir hast. Woher auch? Daraus folgt dem aufgezwungenen Zweikampf, der jetzt nicht mehr abzuwenden ist, mit bestmöglicher Effizienz zu begegnen, um gerade ihn aufzulösen. Was Effizienz ist, habe ich in dem Buch ausführlich beschrieben. Verstrickungen des Zweikampfverhaltens sind auf ein Minimum zu bringen. So gestalte ich mein selbstverteidigendes Handeln auf Konzentration des Ziels, meine Unversehrtheit. Ist dieser Zustand vollzogen, trete ich die Flucht an. Ist eine Flucht nicht möglich, weil sie ja gerade jetzt für die Sicherheit einer Veranstaltung tätig werden müssen, dann ist Gruppendynamik im Sinne einer effektiven weiteren Deeskalationsoffensive das Handeln des Teams und ihr Auftrag. Bei einer Massenschlägerei, was ich als kriminell organisiert bezeichne, ist die Sicherheit nicht mehr allein durch die Wahrung des Hausrechts gegeben, da muss die Polizei etc. einschreiten, denn die ist für die Sicherheit ihrer Kommune, ihres Bezirks verantwortlich. Wie bewege ich meinen Körper, meine Techniken? Oder auch, wie wende ich meine mir gegebene Konstitution so an, dass ich meine Unversehrtheit sichern kann? Ich habe mich nie gefragt, welche Techniken wende ich wie, wann und wozu an? Solche Fragen darf sich der Anfänger erlauben. Der Profi jedoch weiß, dass solche Fragen Unsinn sind. Denn Techniken sind eigentlich doch ziemlich belanglos, wenn es wirklich brenzlig wird. Denn haben sie tausende von Techniken gegen alle möglichen Angriffe erlernt, was ich bezweifle, dann wissen sie im Ernstfall nicht, welche Technik jetzt die richtige ist. Wichtig ist nur die Bewegung oder Bewegungen, die ich vollziehen muss, um mich zu wehren. Und das führt uns zu dem wesentlichsten Aspekt der realistischen Selbstverteidigung. Flexibilität des Körpers und des Geistes. Darin müssen sie sich schulen. Sind sie flexibel, dann erst kommt die Effektivität in ihr Handeln. So schnell und effizient wie irgend möglich. Komplexität ist in einer realen Auseinandersetzung der Indikator für den Verlust eigener Unversehrtheit. Die DAO-Box-Prinzipien zeigen den gesamten Handlungsspielraum auf, den wir im DAO-Boxen benötigen, um unsere Unversehrtheit in jeder Situation zu wahren. Dazu gehört auch das Wissen, das zwar in den allermeisten Fällen Prävention von Gewaltaffinität wirkt, jedoch nur in den allermeisten Fällen. Es gibt eine geringe Zahl von Situationen, in denen sich mein Gegenüber einen feuchten Kehrricht darum schert, ob ich nun friedlich bleiben möchte oder nicht. Restrisiko. Diese Menschen nennen wir im DAO-Boxen jedoch nicht Schläger, sondern Lebensbedroher. Die DAO-Box-Prinzipien unterteilen wir hier in zwei Gruppen. Interventionen mittels Deeskalation Konflikt lösen, Interventionen gegen Lebensbedroher mittels Eskalation Konflikt nicht lösen können. In lebensbedrohlichen Situationen ist mein Leben bedroht, nicht das Ihre. Da ich durch meine Möglichkeiten versierter bin als Egon oder Trude, stellen solche Situationen natürlich für sie jeweils andere Bedingungen dar. Daher gibt es zur Notwehrsituation immer auch den sogenannten Rechtfertigungsgrund. Was für den einen ein Rechtfertigungsgrund ist, ist es noch lange nicht für den anderen. Das ist wohl jedem klar. Vielleicht versteht die Leserin oder der Leser etwas von der Konfliktforschung in der Kriminologie und weiß daher, wie weit wir hier differenzieren können. Der Autor stellt den Maßnahmen zur Prävention einen erheblich höheren Nutzen voran, als den brutalen körperlichen Mitteln, die vielleicht Sie nutzen müssen, da Sie nicht schon über 27 Jahre Kampfkunst betreiben. Ich bin ja auch nicht in der Lage, eine Kollektion zu entwickeln, die der eines Karl Lagerfelds trotzen könnte. Ich müsste in einer Änderungsschneiderei anfangen. Daher braucht jeder Mensch, der ein Meister der Prävention werden möchte, Übung, Übung und nochmals, Übung. Gerade dies möchte ich ja durch dieses Buch ändern. Also ärgern wir uns nicht darüber, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, sondern beginnen mit dem Wesentlichen. Eins sei noch anzumerken. Deeskalation muss unterrichtet werden. Es kann niemals ein Beiwerk sein. Denn genau deswegen hat es noch nie wirklich funktioniert. Das Prinzip der eigenen Unversehrtheit meint, bei jeder Aktion, die wir gegen einen Lebensbedroher setzen, müssen wir die eigenen Verletzungen minimieren und somit möglichst wenig Zeit für den Verteidigungsfall ansetzen. Ist die eigene Unversehrtheit gesichert, laufen wir davon, um dem Lebensbedroher kein weiteres Intervenieren zu gestatten. Ist der Lebensbedroher durch unser Vorgehen stark verletzt, helfen wir ihm, seine Verletzungen so schnell wie möglich versorgen zu lassen. Das Prinzip der eigenen Unversehrtheit meint aber auch als erstes Gebot, deeskalierend zu handeln, damit gar nicht erst ein Kampf entsteht. Deeskalation wird immer sehr weit ausgedehnt und ist im Realfall eine subjektive Fertigkeit meines bisher erlernten Wissens um das Nichtkampfprinzip und seine Möglichkeiten in mir. Die Kunst zu siegen ohne zu kämpfen ist das Lernziel dieses Prinzips. Nicht kämpfen zu müssen bietet den bestmöglichen Schutz über die eigene Unversehrtheit. Daher ist nicht kämpfen zu müssen, jeder Technik vorzuziehen. 2. Das Prinzip der deeskalierenden Verhaltensweisen meint, deeskalierend im Vorfeld von tätlichen Angriffen intervenieren, verbale Kompetenz und milieuspezifische Verhaltensweisen im Vorfeld einstudieren, um eine Verteidigungssituation so gering wie nur irgend möglich entstehen zu lassen. 3. Das Prinzip des territorialen Vorkampfverhaltens meint, Verhaltensweisen typischer Eskalierer im Freizeitmilieu zu erkennen, einstudieren und den Ausbruch eskalierenden Verhaltens durch Voreinschätzen, Empathie zu hemmen, ohne dies dem Eskalierer anzugeben oder ihn wahrnehmen zu lassen. Dieses Prinzip ist ein wesentliches Merkmal des Nichtkampfprinzips. 4. Das Prinzip der seelischen Stabilität meint, in unausweichlichen Notwehrsituationen gelernt zu haben, dass der Verstand die Emotionen beherrscht und den Verteidigungsfall mit all seinen kämpferischen Möglichkeiten für die eigene Unverseitheit abschließt. Hierzu dienen vor allem die Beispiele der psychologischen Selbstverteidigung im Dauboxen. Diese können lediglich immer nur eine Annäherung an die Realität geben, niemals die Realität selbst ersetzen. 5. Das Prinzip der taktilen Wahrnehmung meint, Niemals einen Block zur Verteidigung anwenden, sondern durch Fühlen des Berührungsreizes sofort in Aktion treten. Lese hierzu das Essay Der Nichtkampf. Dadurch entsteht a. Der kürzeste Aktionsradius und kürzeste Reaktionsreiz zum Deeskalationskonter und zum Abwehrabstandverhalten sowie b. Die schnellstmögliche Bewegungsfolge im Nahkampf. Dies ist der beste Körper-als-Waffe-Nutzen, den wir in der Kampfkunst kennen. Dieses Prinzip ist der Schlüssel zum Verständnis über echte Deeskalation und es zeigt den großen Unterschied zu herkömmlichen Block-Konterpräferenz-Systemen auf. Wenn wir stark abwehren, dann müssen wir unsere Muskulatur erst wieder entspannen, wenn wir weitere Abfolgen zur Selbstverteidigung anbringen. Das kostet viel Zeit und die schenken wir dem Lebensbedroher nicht. Taktile Wahrnehmung und taktiles Handeln entsprechen neurophysiologisch der kürzesten Zeitspanne, die uns Lebewesen bleibt, um eine Reaktion zu zeigen. Daher ist ein Handeln innerhalb selbstverteidigender Interventionen den klassischen Systemen, die erst blocken und dann kontern, visuelle Schlüsselreize zur Entscheidungsfindung usw., in der Realität vorzuziehen. Es ist ein natürliches Prinzip. 6. Das Prinzip der Energieumlenkung meint, die Kraft des Körperverletzers in eigene Kraft umfunktionieren. Das haben die Experten im Aikido, im Shaolin Kung Fu, im Tai Chi und im Wing Chun der Welt sehr eindrucksvoll aufgezeigt. Es ist ein in den Künsten sehr bekanntes Prinzip, wird jedoch selten als solches praktiziert. Es ist ein wichtiges Prinzip zum Überwinden des Zweikampfes und es zeigt uns auf, dass wir nur äußerst selten einen Block anwenden sollten. 7. Das Prinzip des kurzen Weges meint, nur der kurze Weg ist der richtige. Da der Körper die Waffe meiner Verteidigung ist, ist es wichtig zu wissen, dass beim Konter und in der Verteidigung der Nahdistanz immer der Abstand von Gelenkkörper zu Gelenkkörper einzustudieren und zu üben ist. Bei diesem Prinzip ist die Übung wichtiger, als sich Fragen zu stellen, die beim Üben ohnehin nicht aufkommen. Das selbsterfahrene Handeln ist hierbei mein Lehrmeister. Nehmen Sie wirklich Abschied von dem Irrglauben, nur die richtige Technik wird's richten. Um dies zu verdeutlichen, haben wir eine hervorragende Übung entwickelt, die wir Zeitraffer nennen. Wie ein Zeitraffer bewegen wir uns und erlernen somit Möglichkeiten eigenen Handelns, die nahezu unendlich sind. Anhand dieser Übung kann ohne Anweisung gelernt werden. 8. Das Prinzip der eigenen Kraftlinie meint, entlang der Wirbelsäule und des Standes, Stellung, Kraft und Statik annehmen, aufnehmen, wahrnehmen und dadurch in einer stabilen Abwehr-Konterhaltung bleiben. Auch hier erübrigt sich das Erklären und ein Selbststudium dieser wirkungsvollsten aller Kraftübertragungshandlungen ist somit selbstredend. 9. Das Prinzip der Keilbildung meint, abwehrend immer in die zentrale Mittellinie des Lebensbedrohers hinein- und hindurchschlüpfen, dabei wie ein Keil aus der Abwehrphase in die eigenen Aktionen, Konter, übergehen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. 10. Das Prinzip der Offensivverteidigung meint, in die Aktion des Lebensbedrohers hineingehen und nicht abwarten, bis ich vollends in seinen Handlungen untergehe. Mut zum Kontern, Mut zum Beenden der Situation. Nichts aufzwingen lassen und selbst zum Handelnden werden, damit ich Oberwasser bekomme. Das ist sehr wichtig, da ich sonst zu einem Opfer seines Willens werde. Der Verteidiger, der Deeskalierer, der in Notwehr sich selbstverteidigende, muss selbst die Initiative seines Wollens übernehmen. Die Notwendigkeit solcher Eigeninitiative wird zumeist von vielen Menschen verleugnet und sie meinen, das kann ich aber doch nicht. Ich kann nicht selbst entschlussfreudig reingehen und die Dinge für mich entscheiden. Geht das nicht anders? Da in solchen Fällen der Lebensbedroher ihre Situation gestaltet und sie Teil seines Willens geworden sind, bleibt ihnen nichts weiteres für ihre eigene Unverseitheit zu tun, als sein Wollen aktiv zu durchbrechen, Zweikampf überwinden, Gewalt wandeln. Wenn einige meinen, das sei ihnen ihre eigene Unverseitheit nicht wert, dann haben sie selbst damit ein Problem und niemand kann dann weiterhelfen. Das muss überwunden werden und wir erlernen solches nur, wenn wir uns an Prinzip 4 erinnern. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, denn die meisten Menschen werden genau deswegen davon überrascht, weil sie selbst dies niemals in sich fühlen. Ich möchte auch betonen, dass nicht jeder durch diese Annahme nun meinen muss, der Lebensbedroher warte an jeder Ecke auf mich und ich müsse nun solches Reingehen überwinden und allzeit bereit sein. Das müssen sie nicht. Ich jedoch muss solches berücksichtigen, denn ich bilde Menschen in allen Bereichen, in denen Selbstverteidigung wichtig sein könnte, aus. Und eine Sicherheitsfachkraft muss solche Fälle berücksichtigen. So ist zum Beispiel als Erzieher dies keine Maßnahme, die sie in ihren Arbeitsalltag einbinden sollten. Privat könnte das für sie vielleicht relevant sein. Elftens, das Prinzip der Eskalationsanpassung meint, sich an die Auseinandersetzung, die einem aufgezwungen wird, anzupassen und nicht mit vorgefasstem Abwehr-Konterverhalten dagegen wirken. Merke, ein geschlossenes System kann in der realen Auseinandersetzung nur auf seine Inhalte zurückgreifen, eine Prinzipienlehre zeigt auf, wie eine Verteidigung und wie ein Konter seine Impulsivität entfaltet. Nicht nach A folgt B ist nach dieser Lehre entscheidend, sondern nur die innere Impulskraft der Anwendung und sein sofortiger Entschluss. Sich an den Lebensbedroher anzupassen, ist hierbei der Schlüssel zu dem, was ich in diesem Buch Tao-Mimikry genannt habe. Es ist ein Prinzip für fortgeschrittene Dauboxer und erfordert die Fähigkeit der taktilen Wahrnehmung auch auf geistigem Terrain. Das heißt nicht, dass nicht schon Anfänger, sobald sie aufzeigen, dass ihnen dieses Prinzip keine großen Schwierigkeiten bereitet, solches erlernen und üben sollten. Es ist in der Konfliktbewältigung ein Indiz für Professionalität im Umgang mit dem Sender. Zwölftens, das Prinzip der weichen Bewegung meint, in der Bewegung zwischen dem Verteidigen und dem Kontern leichte, aber schnelle Bewegungen vollführen. Zu starkes Handeln erschöpft und verlangsamt den Konter. Dies lernen wir am eindringlichsten an dem Dummy, der Holzpuppe und im Wechsel mit unseren Trainingspartnern. Dreizehntens, das Prinzip der schnörkellosen Effektivität meint, auf unnötige Bewegungen verzichten. Merke, in der Schule heißt es schon, dass der kürzeste Weg zweier Punkte eine Gerade ist. Besonders einige der populären, traditionellen Kampfsportarten zeigen in Ermangelung dieses elementare Naturgesetzes auf der Straße, dass darüber selbst sehr gute und wettkampferfahrene Sportler keine Kenntnis besitzen. Aktiviere deine Instinkte, das heißt, fühle die Welt. Höre auf, nur auf andere und auf anderes zu hören. Dieses Prinzip führe ich immer mit großer Freude vor. Wir können es in fast jede Alltagshandlung einbinden und ganz besonders als geistige Fähigkeit in allen Bereichen des Konfliktmanagements. Wie schon im Buch erwähnt, können wir das gesamte Handlungswissen der Kampfkünste auch auf unsere geistigen Fähigkeiten übertragen. Vierzehntens, das Prinzip des Energieflusses meint, lasse deine Energien fließen, be water my friend. Nicht ohne Hintergedanken habe ich hier Bruce Lee zitiert. Das Tao de King gibt hierüber genügend Wissen und so verweise ich an dieser Stelle auf Lao Tse. Fünfzehntens, das Prinzip der angepassten Verteidigung meint, das Notwehrgesetz zu kennen und keinen Notwehrexzess zu verursachen. Weiter bedeutet dieses Prinzip die Anwendung von speziellen Techniken für spezielle Milieus, zum Beispiel SEK, GSG, BGS und so weiter. Diese Organisationen haben einen übergeordneten Auftrag und gehen teilweise über das bürgerliche Notwehrrecht hinaus. Ihre Einsätze erfordern einen anderen Grund zur Rechtfertigung ihrer Handlungen, nämlich den der Staatssicherheit. Es dürfte klar sein, worauf dieses Prinzip anspielt und was es für den Dauboxer bedeutet. Handle durch dein Wollen niemals so, dass du von dir behauptest, der fehlgeleitete Selbstverteidigungsmythos sei etwas für dich Erstrebenswertes. Bist du jedoch ein Spezialist, dann musst du solches erlernen. Sechzehntens, das Prinzip der Strategie gegen den Körper und Seelenverletzer meint, ein Konzept von speziellen Umlenkungsstrategien und Verhaltensweisen, Nichtkampf, Zweikampf überwinden, einstudieren und erlernen, nicht in das Wollen solcher Menschen involviert zu werden. Dazu gibt dieses Buch Aufschluss. Antischläger und Antigewaltstrategien zum Vermeiden von Eskalationen sind im Dauboxen spezielle Übungen, die darauf abzielen, möglichst ohne Gewaltkommunikation die Unversehrtheit zu wahren. Siebzehntens, das Prinzip der Funktionalität meint, immer nur die Techniken, Äußerungen und Handlungen erlernen, die auch wirklich funktionieren und selbst dabei lückenlos funktional werden. Damit ist nicht das Niederschlagen des Gegners gemeint. Funktionalität definieren wir als Steigerung meiner eigenen Möglichkeiten zur Deeskalation der Gewalt. Dieses Prinzip könnte auch das Prinzip der effektiven Lehr- und Lernannahme heißen. Zweck dieses Prinzips ist es, allen Situationen offen gegenüber zu treten und nicht zu einem geschlossenen System zu verkommen. Nichtform. Das hier beschriebene Prinzip leitet gerade auch dazu an, beim Training die echte Funktionalität des Handlungswissens auszuprobieren und seine Lücken zu erkennen. Funktionalität heißt immer bestmögliche Deeskalation, bestmögliches Konfliktvermeiden und bestmögliche Bewältigung eigener Schwächen. Diese können Konflikte multiplizieren. Also heißt Funktionalität auch Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis. Achtzehntens, das Prinzip der Ökonomie meint, verteidigende Abfolgen mit möglichst wenig Bewegungsabläufen und Treibungswiderständen vollführen, nicht zu schnell in eine Ermüdungsphase gelangen. Neunzehntens, das Prinzip der reaktionslosen Aktion meint, nicht reagieren, sondern sofort und direkt agieren, also nicht nach A folgt B, sondern mit eigener Entschlusskraft und Selbstbewusst seine eigenen Möglichkeiten annehmen und durchsetzen. Zwanzigstens, das Prinzip der zweiten Technik meint, sofort wissen, was als nächstes zu tun ist, immer in Bewegung bleiben und kontern, kontern und kontern. Gemeint ist damit nicht nur an die zweite Technik zu denken, sondern daran, dass sich für die eigene Unversehrtheit einzusetzen erst dann abgeschlossen ist, wenn der Lebensbedroher keine Aktion gegen den Verteidiger mehr ausüben kann oder die Möglichkeit zur Flucht gegeben ist. Die Unversehrtheit des Lebensbedrohers ist dabei insofern zu wahren und zu achten, wie es im Rahmen der eigenen Möglichkeiten steht. Antizipation Ich weiß, jedoch ist die Realität nun mal reinstes Vorhandensein der Antizipation schlechthin. Das gelingt dadurch, dass der Verteidiger Verteidigungsverhalten wie einen Kaugummi ausdehnt und auch dadurch, dass er seine Hartteile Faust, Kopf, Knie, Ellenbogen, Ferse etc. nicht unnötig einsetzt. Das Prinzip der zweiten Technik ist genau deswegen ein wichtiges Prinzip, das sich zumeist erst in der Notsituation herausstellt, mit wem wir es hier zu tun haben. Sehen Sie, wie wichtig taktile Wahrnehmung in Wirklichkeit ist? Fühlende Hand, fühlender Geist. Die drei Daubox-Prinzipien Eskalation, Konflikt nicht lösen können Einundzwanzigstens Das Prinzip der einfallenden Energie meint, einen Lebensbedroher immer sehr hart attackieren, keine Halbheiten. Durch eine sehr intensive Serie harter und gezielter Maximalkraft Kombinationen austeilen. Dieses Prinzip ist, im Unterschied zum Punktstoß, eine Kombination möglicher Serien und nicht ein einzelner Schlag. Daher muss das Prinzip der einfallenden Energie massiv eingesetzt werden, wenn wir in eine Ecke gedrängt werden. Soll heißen, wenn wir keinen anderen Ausweg mehr erkennen können oder kein anderer mehr bleibt. Die Unversehrtheit ist immer unser wichtigstes Ziel. Darauf fokussieren wir unser Know-how gegen eine lebensbedrohliche Situation durch Körperverletzer. 22. Das Prinzip der Entvitalisierung meint, empfindliche Nervenpunkte beim Lebensbedroher treffen. Dazu dient als bevorzugter Bereich die zentrale Mittellinie des Lebensbedrohers. Das ist kein Geheimnis in der Kampfkunst und es gibt viele Systeme, die solches ebenfalls einbinden. Wenn wir mittels dieses Prinzips unsere Entschlusskraft modifizieren, kommen wir zu sehr guten Ergebnissen, gerade auch anhand uns körperlich überlegener Lebensbedroher. Zentrierung der Effektivität auf das Notwendige und danach Flucht. Nicht mehr als notwendig ausüben, darin liegt die Meisterschaft und nicht dem jetzt entvitalisierten Körperverletzer mal so richtig beweisen, was für einen Fehler er gerade begangen hat. Sicherung der Unversehrtheit abgeschlossen. So müssen sie denken und danach handeln. Mehr ist nie nötig und das wissen sie oder wussten es schon immer. 23. Das Prinzip des Punktstoßes meint, deine gesamte Kraft und Energie konzentriert auf einen Konter fokussieren und dann blitzschnell den Verteidigungsfall abschließen, um unversehrt aus einer lebensbedrohlichen Situation herauszukommen. Fangschreckenkrebse können einem Menschen ein Loch in die Füße schießen, wenn man sie ärgert. Konzentriert und mit voller Energie können sie mit ihren Fangklauen äußerst schmerzhafte Schläge austeilen. Dieses Prinzip erfordert ein hohes Konzentration und Bündelung der Energien. Wenn wir drei Techniken erlernen, die wir mittels Punktstoß ausüben können, reicht dies allemal aus, um wenigstens eine von ihnen in der Realität anzusetzen. Die Daubox-Prinzipien Deeskalation Konflikt lösen 24. Das Prinzip zur Verpflichtung eigenen gewaltwandelnden und gewaltmindernden Eigenverhaltens im tagtäglichen Umfeld meint, sich wirklich mit dem hier beschriebenen Nicht-Kampf-Prinzip auseinandersetzen und sich zu einem friedfertigen Vorbild aller Menschen zu formen. Realistische Selbstverteidigung bezieht sich nicht nur auf Körperlichkeit, sondern sie schließt alle bewussten Handlungen des Menschen als eine den Konflikt zu lösende Strategie für Friedfertigkeit ein. Dieses bedeutet letztendlich auch soziale Kompetenz, woraus dann auch soziale Intelligenz wirkt. 25. Das Prinzip vom Weg als Ziel des Nicht-Kampf-Prinzips meint, Ganzheitlichkeit des Menschen in der Ausbildung des Nicht-Kampf-Prinzips. Innere Reifung und Ganzwerden des Menschen ist das Streben nach einem friedfertigen inneren Selbstverständnis, das auf einem Miteinander beruht. Gewaltprävention? Ja. Gewalt gegen Gewalt? Nein. Das Überwinden des Zweikampfes und die Lehre vom Nicht-Kampf sind wesentlichster Auftrag einer jeden Selbstverteidigung und Sinne meines Handelns für meine und deine Unversehrtheit. Das Nicht-Kampf-Prinzip ist ein Lebensweg. Es kann nicht schnell erlernt werden, weil es auf der Natur des eigenen Lebens aufbaut. Dieses Buch setzt dafür neue Werte in der Selbstverteidigung und durchselbige. Dieses Prinzip stärkt mich, also auch dich. Die Beschreibungen der Prinzipien mussten sich auf das Wesentliche beschränken, denn Dauboxen ist auf Handlungswissen angewiesen und ich bin der Überzeugung, dass ein Zuviel der guten Worte auch schnell zu einer Auslegewahre verkommt. Daher habe ich mir den Grundsatz gefasst, vor der Frage kommt dein Handeln, soll heißen, der Erfolg zeigt sich nur in der Umsetzung unseres Handlungswissens und genau darin ist jeder von uns ein Teil. Und dieser Teil hat Ecken und Kanten, die nur dieser Teil hat. Also gibt es keine allgemeingültigen Formeln, die ich zu vertreten habe, nur Umschreibungen, Rezepte und dergleichen. Sie müssen abgestimmt werden. Daher Mentoring von Beginn der ersten Trainingsstunde und nicht Da stehst du, da du und jetzt Kihab, Kampfschrei. Das bringt keinen Fortschritt für mich, für dich, für uns alle. Ich weiß das. Du hast unbequeme Fragen, nur zu. Kann gar nicht so unbequem sein. Du hilfst uns doch, daher deine Fragen. Du willst vorwärts kommen. Es geht um meine und um deine Unversehrtheit. Also wieder mal um uns alle. In meiner Lehrmethode ist es wichtig, die Person zu erkennen und nicht Vorschriften zu erteilen. Nur dann holen wir gemeinsam das Beste heraus. Wenn sie hierzu bereit sind, wir sind es in jedem Fall. Ich habe noch niemals seit meinen Jahren als Kampfkünstler auch nur zwei Menschen erlebt, die genau so ihre Techniken vollführten, wie es in Büchern beschrieben steht. Und auch nicht, wie ich es meinen Schülern vorzeigte. Auch ändert sich die Technik, sobald ein neuer Autor Darstellungen erklärt oder ein anderer Trainer Anweisungen erteilt. Das ist jedoch völlig normal und nicht etwa falsch. Das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist die Beschreibung der Technik. Und das stimmt euch nicht nachdenklich? Wenn ich eine Bewegungsform übe, auch die, die ich selbst begründet habe, dann weiß ich, dass sie sich niemals gleicht. Ich weiß aber auch, dass das nicht nötig ist. Daher diese 25 Anweisungen für ein Handeln in der Selbstverteidigung. Jeder Dauboxer soll sein Dauboxen kreieren. Hängt euch nicht an Techniken, die so und nur so aussehen sollen. Das ist ausgemachter Unsinn. Eure körperlich-seelische Konstitution soll das Maß aller Dinge hier sein und nicht eine Besserwisserei. Deeskalation und Prävention als Selbstverteidigung helfen denen, die es annehmen können, nicht denen, die es nicht annehmen können. Friedensverweigerung. Wenn wir Deeskalation anwenden, merken wir, dass es sehr viel mehr sind, die es annehmen und von ihrer Gewalt ablassen, als wir bisher immer angenommen hatten. Dafür lohnen sich der Einsatz und das Erlernen eines Deeskalations Sportes. Nur wer es wirklich ausprobiert hat, und zwar in dem Sinne, wie ich in diesem Buch dargestellt habe, kann sich über echte Deeskalation wirklich äußern. Die Zukunft von Selbstverteidigung kann nur eine Zukunft für die Unverseitheit durch Minimalisierung eigener Gewaltkommunikation sein. Gewalt mit Gewalt zu besiegen ist der Kampfkunst ein unwürdiges Verhalten und es ist, das wissen wir jetzt, auch dem Menschen ein unwürdiges Verhalten und hat mit der eigenen Ehre nichts mehr zu tun. Einzig einer lebensbedrohlichen Situation können wir nichts entgegensetzen als Selbstverteidigungsexperten den Stempel Schläger aufgesetzt haben. Und wir wissen jetzt, dass sie dieses als Bagatelle ihres eigenen Unvermögens so überantwortet haben, um von eigener Ich-Schwäche abzulenken. Ein Deeskalationssport kann niemals selbst Schläger produzieren und es wird die Zeit aufzeigen, wie ernst es denen wirklich ist, die sich im fehlgeleiteten Selbstverteidigungsmythos tummeln werden, wenn dies alles allgemein bekannt geworden ist. Wollen solche ihre eigene Unverseitheit sichern oder wollen solche, wie die Psychologie des Schlägerverhaltens Schlägeridentität aufzeigt, in Wahrheit nur selbst zuschlagen. Sie werden es uns beweisen. Extremsportler suchen den Kick oder auch ihren Thrill. Dazu bietet Kampfkunst eine Strategie gegen den Schläger an. Grenzbedingungen werden somit zu Grenzerfahrungen, in denen Grenzwerte ermittelt werden, die auf niederstem Niveau denen ihre eigene Hitliste von Erfolg und Achtung geben, denen ein anderer Weg bisher nicht möglich, nicht gewollt und auch nicht angeraten wurde. Jeder Mensch hat die Verpflichtung aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit und aus eigener Unwissenheit heraus, sein Leben zum Wohle der Gemeinschaft zu wandeln. Niemand hat das Recht, wieder besseres Wissen oder wieder humanerer Taten anderen Schaden zuzufügen, nur weil es sich mit Stillstand und Bequemlichkeit leichter leben lässt. Rüdiger Lenz Wissen 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 Wissen